ja meine freunde und willkommen zu mount your friends einem einem es soll ein sport zumal das sein aber das ist das gayste spiel was ich hier gespielt habe aber ich bin nicht alleine nehme ich mit dem luke von alle 4 1 genau ich bin auch da ich habe gerade die schöne einleitung von dir mit drauf und ja wir spielen mount your friends hat er gerade schon gesagt ja ich bin mal gespannt also wir haben sie schon mal angezockt wird lustig wie ihr schon seht ihr die dödel männer also das für ein sehr lustiger spur simulator ist das ja ich weiß wie die diese diese töne gemacht haben dieses wenn du menü bist die haben sich einfach auf den schenkel geklopft denkst du ja kann sein oder auf dem arsch oder auf dem dödel oder so ich habe sagen wir spielen online ich mache meinen server ja tom macht so so ja ne kreis server war ein big friends ich würde sagen gerade mal den super 90 ein ja sehr schön ich nehme das natürlich an wir spiel den normalen modus eine minute blablabla alles normal oder ja ja gut ist ja schon schlimm genug ich spiele mit controller er mit maus und tastatur nein ich spiele auch mit controller oh ja bei dem spiel ist es wirklich besser mit controller also ich muss mal die maus die weg machen alle für das killer guck mich an guck mich an hier ja die maus muss mal weg ich bin ich habe zwar bei fraps glaube die maus ausgemacht aber ich habe ja das schon mal versucht aufzunehmen ja und ich mir ist aufgefallen die musik klingt bis es so wie bei der herr der ringe hey der hatte katz auf dem kopf also noch geiler geht also ihr seht schon das spiel ist echt abgefahren meine hat übrigens den ständer siehst du das oh ja alter was läuft bei dem tom seiner ja also rein hatten grüppel ok es ist nicht normal dass die schwänze so 360 grad eine drehung machen ja also aber nach deiner auch deine fliege das macht deinen schwanz sowieso ja das kann ich ja mal erzählen hier in meinem bildschirm lebt eine fliege freunde naja klebt da klebt keine fliege die 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 ist da reingeflogen in mein also hinter meinem bildschirm und das klingt ein bisschen dumm wenn du reingeflogen sagt aber die ist irgendwie reingekrochen keine ahnung wie das und wir dachten das wäre ein virus ja und da habe ich gesagt das ist kein virus also luke ja doch es ist einer und da habe ich einfach mal die gedrückt habe ich gemerkt oh es bewegt sich nicht mehr natürlich hätte hätte es auf mich hören können und sagen können wir warten bis die irgendwo anders ist da hätte ich die auch zusammen drücken können aber nee das ist ein virus ja dann hätte ja was hat denn der für zähne ich bin gerade ein vampir hier also apropos vampir und der ziege schon mal gemerkt dass bei come bitch please bei gold simulator dass der trailer leicht an den von dead island erinnert ja irgendwie schon das stimmt das habe ich da springt die auch aus dem fenster so aus naja springt durch zwei fenster ja die geräusche dazu sind echt zu geil ja meine sind danke bei mir kann man es länger gesagt dieses hier schenkt der klopfen ja genau das diese oder ja bei mir kam jetzt lange länger kein wieder video mehr heute mal ein netz trash dann im prinzip ich drückte stuhl bei dieser action und dann hier oder letztes wie auch immer ihr es nennen wollt klatschern lol was will mein kontroller geht nicht ja kompett was ist los mann hast du den hast deinen guten genommen nee ich bin auf einmal spieler 2 das wird bei dir nur angezeigt ok ja das wird bei mir auch immer so angezeigt dass du mit tastatur spielst übelst den rückstand durch den scheiß controller einmal gewinn ich habe es zweimal verloren richtig schön knapp luke hat gerade mal eine sekunde noch zeit gehabt ja macht so ein krüppel ey ja aber doch ich schaff das ja locker ja das kenne ich alter oh jetzt habe ich zeit verloren das spiel können wir auch mal zu viert spielen ich habe noch drei geschenk gutscheine ich habe mir das nämlich für vier spieler geholt gleich die vierer mal so schöne party machen kann man zu viert spielen noch mit adrian und eric und dann mal aufnehmen das macht sicher fahren da ich krieg bei dem spielerste krämpfe das letztes mal da war da echt hoch wir haben glaube eine halbe minute gebraucht um bis zum ende zu kommen also das video am ende oh du hast mir gerade einen arsch gepackt riecht so jetzt habe ich dir einen dödel gefasst oh ja oh ey nimm deinen fuß da weg scheiße vor allem die geräusche dazu noch noch richtig hier dramatisch episch ach so das meinst du ich dachte die musik ja ne die habe ich ausgemacht ich habe bei meiner musik nur zwei damit man dich auch hört ich habe die lieber ausgemacht so ach ja nein das ist ein spiel könnt ihr euch auch holen bei steam für fünf euro 99 glaube oder ne vier holt euch lieber hier five nights with freddy's für vier euro ja das kostet genauso viel ähm aber das kostet jetzt sagen wir mal lieber erstmal zu dem spiel kostet vier euro 99 oder das vierer pack kostet 14,99 und ich habe mir vierer pack geholt da hat man dann halt noch drei geschenk case die man verschicken kann ja und du hast eindeutig einen schaden nein mir hat das spiel gefallen ach ich weiß du magst doch schwänze ja oh oh jetzt geht mein kontrolle zackery dansen genau ja was für ein namen einfach mal und ist noch schneeweiß danke leute danke ich habe gesunde spanierbräune schneeweiß ja dann eben reisweiß das klang grad geil der ist auch noch schneeweiß nein ich habe spanierbräune scheiße oh oh ich darf nicht so schreien aber schon kaum was bitte oh was macht ich werde mir auch bald black ops 2 holen wer ich ja habe ich gesagt ja ja verstanden ja und dann werde ich mal die die host mal durchsuchen und werde diesen kleinen verkackten hackern mal den arsch treten aber natürlich glaube manche videos muss ich dann noch sperren nach einer zeit weil du weißt ich bei battlefield 4 abgehe ja ich weiß das schon ich kenne Tom bei battlefield 4 ihr da draußen kennt den nicht so sehr wie ich also er hat ja auch schon battlefield 4 gemacht da habe ich mir den ganz netten raushängen lassen ne ja genau aber der hat ja jetzt sowieso einen neuen account im prinzip also nicht neu aber doch im prinzip überarbeitet oder whatever wie will man es nennen wie nennst du es neuanfang genau neuland das internet ist für uns neuland das internet aka neuland oh voll in den dödel gegriffen du oh voll hochgesprungen an dem ding man 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 oh guck mal guck dich mal an ey ja seh ich schon der ziger tanker scheiße fuck oh oh jetzt hab ich Zeit verloren 18 sekunden oh oh das wird knapp das wird richtig knapp ich glaube diesmal habe ich gewonnen ja ich glaube es auch diesmal habe ich mich richtig Zeit eingebüßt boah ist richtig riesig Schenkelklopft warte kann ich das auch ne kann ich nicht wär lustig gewesen boah ist doch ein Schenkelklopft und ja aber ich weiß mein Stuhl quietscht ja ich hab's grad gehört aber dann haben wir mal so Dämmhausen auseinandergelegt ist das noch der? ja scheiße wo die elena abging diesmal verliere ich das ding huuu komm schon 10 9 8 7 6 5 4 3 2 danke danke guck mal den Turm an der Turm war auch verdammt hoch war der man kann sich aber nur 3 Sekunden ansehen noch ne Runde ach warum nicht ja aber dann machen wir jetzt mal nach vorne bauen oder? den anderen Modus hab ich grad damit ihr den auch mal seht ja genau waiting for momski so jetzt ist halt nicht nach oben bauen sondern man baut sich jetzt halt nach vorne wenn man abfällt dann hat man sofort verloren ja hab ich vorhin gemerkt ja boah hier pink ich sag bloß gay butters jetzt müsste ich eigentlich sowas einspielen so in kleinen Ausschnitt der Gäa der Gäa Gäa der hat den krummen Schwand hast du das gesehen? achst du doch dein Bruder klar mein Bruder schwarz naja gut ok wenn dein Bruder schwarz ist er ja ne ahja und was hat denn der am Fisch davor hängt? oh das stinkt aber gewaltig da unten da musst du erkennen ha ja ich geh ja ich hab auch mal einen Fisch vor meinem Dödel hängt ach ich dachte dein Dödel stinkt wie ein Fisch ja das kommt durch den Fisch ach ne ich dachte das konnte aber aber ihr seht schon also hier gibt es verschiedene Charaktere da gibt es manche Spiele die kosten 60 Euro da kriegen die es noch nicht mal um verschiedene Charaktere einzubauen also ja das ist auch die Hauptsache Hauptsache du hast viele Charaktere mit dicken Schwänzen ja genau boah was war das für ein Stunt alter das hat deine Mutti gestern auch bei dir gemacht im Bett den Stunt also du lässt dich übelst mit dir und merkst du das ja ja komm mal Kopf zu ah das ändert mich nie wo wir vom Bowling zurück kam ne so kleine Spaßrunde und in die Bahnen eingestiegen sind da war das so ein 12-jähriger mit der Bierflasche ne Bowling? naja wo wir mit dem Gary waren mit dem Joel meinst du oder mit dem Joel und ähm ja das weiß ich noch und so guckst mich so blöd an er löck mich so was willst du? mach den Kopf zu der Vater ist gleich rausgegangen ja er hat sich für seinen Schoen ne für seinen Sohn geschämt ja ich glaub auch ich glaub nicht auch für so ne Sch- AHHHHH! ich glaub mich aber auch so für ne biologische Scheiße schäm ja sagst du da ja schäm dich da war der Sam schlecht der hat zu oft solchen Sport gemacht der Vater hier passt auf achso das ne solche Sport oh yeah guck mal ich will die Ziege penetrieren guck mal mein Gesicht an UHHHHH! Alter wir bauen so ne Treppe hoch merkst du das? ja Moses heißt du auch Moses macht bei solchen Spielen mit ne warte mal ne ja sowas oh yeah du hattest aber auch schon fünfmal den gleichen Charakter oder? kann sein ich hätte gern mal einen neuen du hättest gern wieder einen mit der Katze auf dem Kopf ja oder erinnert einen Regenbogenkotz das wär super ja das wär super geil für das Spiel das wär auch so typisch für das Spiel wenn so einer mit äh so einer ankommt und kotzt einen Regenbogen oh jetzt hältst dich schön an meinem Fisch fest ja ich weiß ich halt mich gern an anderen guck mal der hat auch der hat auch einen Ständer hier der hier nach oben geht der Ständer siehst du? na oi 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 das Spiel ist ab 16 Freunde ich bin ein Zuschauer das Spiel ist ab 16 ab 16 ab 16 ich weiß schon aber trotzdem ich find das so geil so ein Spiel ab 16 Jahren oh ja das war ein geiler Stand Adolf ich hatte aber auch schon 5 mal den gleichen hier du heißt Adolf 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 warte oh hier das war's mir wert hast du grad gepisst? nee ich hatte Cola noch auf meinem Tisch stehen jetzt ist mein T-Shirt nass aber ist egal ach ja die Eisbacke Challenge weißt du noch oh ja weil mich der Hurensohn da nominiert hat oh ja 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 guck mal wie groß mein Tödel ist qual guck dir mal die riesennippel von dem von dem Kunden an hier alter nix gegen hier Usain Bolt xxl nippel ey ich würd dich freuen wenn du dich erinnern wie michael jackson ankommen würde ach ja das ist ein Spiel Leute wenn es euch gefällt holt euch auf Steam unterstützt die Entwickler ja vielleicht gibt's vielleicht gibt's das Spiel ja dann nochmal mit Frauen und das wird sie ein fickleer vielleicht gibt's das Spiel ja dann nochmal mit Frauen das wäre sicher auch interessant ja genau sagt der Schwule hä bist du behindert seh ich so aus ja jetzt konntest du auch zurückdessen aber da waren die grad von na aber dein Tödel bewegt sich alter schon wieder hier diesen G-Dings da dein Tödel bewegt sich ja dein Tödel bewegt sich sicher auch in 360 Grad hab ich vorhin schon gebracht nein doch nein du hast nur gesagt oder hab ich schon vergessen ich hab den gebracht kurzzeitgedächtnis freunde das ist schon was schlimmes hm und den kurzen Schwanz ach komm mach Kopf zu mehr kann er da nix sagen du hast mach den Kopf zu nein meine das länger als hättest du zum Beispiel sagen können ja für deine Mutter hat's ja gereicht ja okay das stimmt aber ich muss mich hier grad voll konzentrieren oder dir hat letzte Nacht auch gefallen ich muss mich hier grad voll konzentrieren Lüge nee das ist Instinkt des zurückkontern nein das ist Konzentration weil das wird richtig knapp ne doch nicht laberni ich hab schon wieder ein riesen Tödel ja ja danach sehnst du dich da nur genau vor allem solche Hosen würde ich gerne haben na hab das gehört also solche Hosen die sind schon echt sexy also so weißt du so renne ich dann immer zuhause rum also ich würd's geil finden ja ich auch und vor allem solche XXL Nippel das wär auch was geiles hast du da ja ja lacht doch über sich selbst ja ja oder so hoffentlich schafft das nicht der darf es nicht schaffen scheiße aber er schafft das jetzt wird's nicht oder 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 scheiße ja da wollte ich auch grad ein bisschen ne panisch und hektisch ja ja ich kenn das so wenn du ja hier ins Gesicht fassen komm fass ich an jawohl alter jetzt wird's eng shit oh nein oh Gott blulululululululul fuck 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 ja ich nehm grad auf fuck B Y scheiße das wird zu eng B Y und ohhhh 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 ich muss es schaffen ich muss es schaffen du schaffst es und yo und Batch warte ich komm gleich wieder Postkampf gerade komm gleich wieder komm gleich wieder ich bin wieder da alles gut was da war ach du scheiße das könnte ich eigentlich so viele scheiße über ihn erzählen ne also wenn ihr ihn mal besuchen wollt ne auf dem Strich nachgucken so in Dresden arbeitet er auf dem Strich auf dem guten Strich so an der Frauenkirche ne da könnt ihr ihn finden er macht alles also er ist für alles zu haben ne er verkauft seinen Körper also also all das was man schon mal haben wollte na das habe ich ein Problem natürlich ne was hat denn der jetzt gemacht Alter du willst mich doch jetzt vollkommen verarschen oder ne ich verliere da nie ich verliere nicht Bullshit ich könnte nochmal die Treppe des Gainesses angucken super und ihr habt gesehen meine hat immer den größeren Schwanz also er verkauft wirklich seinen Körper hab ich verloren? ne hast gewonnen ok du hast verloren oh Gott sei dank die Post kam gerade und jetzt hab ich mich erst mit dem netten Postmann unterhalten schon wieder ja weißt du noch weißt du noch mit Dead Island nimmst du raus? ja ok machen wir jetzt erstmal Aufnahmepause ja oder? würd ich mal sagen ok gut dann vielleicht äh nutzinformation ich hab während du weg warst erzählt dass du auf dem Strich zu haben bist ne ach ja komm mach den Kopf zu aber das das bin ich wirklich wir sehen uns ja vielleicht wieder bei dem Spiel bis dahin ciao so so